Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich möchte euch heute den S6 vorstellen, den ich mir gekauft habe. So, das hier hatte ich ja bereits schon mal auf Instagram gepostet. Die Innenansicht des Fahrzeugs, er hat hier ganz klassisch, weil das ein Fahrzeug aus 2007 ist. Ein meiner Meinung nach wunderschönes analoges Display, beziehungsweise eine analoge Tachoeinheit. Ich kann jetzt hier einmal Zündung einschalten. Da sehen wir auch, wir haben ein kleines Digitalelement hier in der Mitte, wo man sich verschiedene Informationen einblenden lassen kann. Durchschnittsverbrauch, aktueller Radiosender und so weiter. Da bin ich noch nicht voll durchgestiegen, was da alles geht. Dann haben wir eine Wassertemperaturanzeige. Wir haben hier die Verstellung für unser Licht. Was ich noch nicht gefunden habe, ist eine Öltemperaturanzeige. Da habe ich aber gesehen oder mich schon ein bisschen schlau gemacht, das kann man scheinbar kodieren in dem Kombi-Instrument. Da muss ich mal schauen. Dann das Lenkrad, wie ihr sehen könnt, das hat schon ein wenig gelitten. Das ist einfach der Fahrleistung geschuldet. Das Fahrzeug hat jetzt, wie man hier sehen kann, 146.000 Kilometer runter. Das ist wie gesagt ein S6 mit V10-Motor. Soweit ich weiß, ist das baugleicher Motor, der auch im Lamborghini verbaut wurde. Wir haben hier einen, Moment, kann ich das einfangen? Schwierig. Von hier oben vielleicht. Da kann man so ganz leicht erahnen. Da ist nochmal ein entsprechender Hebel für die Verstellung. Und zwar haben wir hier Abstandsregelassistenten mit dabei. Wir haben Memory-Sitze hier mit dabei. Wir haben elektrisch anklappbare oder ausklappbare Seitenspiegel. Wir haben Seitenspiegelheizung. Wir haben hier in der Mitte so ein Digitalelement. Man hat hier nochmal Knöpfe, wo ich noch nicht hundertprozentig weiß, für was die da sind. Wir haben wunderschön, ganz klassisch, ein Zündschloss, in dem wir den Zündschlüssel verstauen können. Finde ich super. Das geht mir bei den modernen Autos total auf die Nerven, dass man keine Möglichkeit mehr hat, den Zündschlüssel irgendwo gut unterzubringen. Zumindest bei den BMWs, die ich gefahren bin, nicht. Das ist ganz witzig. Das ist die Entriegelung für das Handschuhfach auf der Beifahrerseite. Da ist auch, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, ganz dunkel hinten drin. Ist auch ein CD-Spieler oder Navigation. Das muss ich alles noch rauskriegen. Dann haben wir hier entsprechend das Carbon-Paket, denke ich mal, ist das überall im Fahrzeug. Wir haben ein Bose-Soundsystem, wo ich wirklich sagen muss, fantastischer Sound. Also das ist die beste Soundanlage, die ich bisher in einem Auto abwerk hatte. Das ist wirklich Wahnsinn, wie gut der Sound ist. Auch wenn man eben bedenkt, dass das Auto jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ist der Sound immer noch ganz fantastisch. Also wirklich Welten besser als zum Beispiel im M4 in dem neuen, den ich ja auch fahre. Also hier ist einfach, die Höhen sind unheimlich klar, die Bässe sind ja wirklich wahnsinnig intensiv, also wahnsinnig intensiv und trotzdem sauber. Beim M4 da rattelt und klappert alles und es wirkt so ein bisschen, als ob da nicht genug Volumen da ist, um den Bass entsprechend zu unterstützen. Und hier in dem Fahrzeug ist das wirklich ganz hervorragend. Dann haben wir eine ganze Armada von Knöpfen, wo ich auch noch nicht über alle Knöpfe Bescheid weiß. Wir haben eine elektronische Parkbremse, das ist jetzt, ja, kann man mögen. Es ist jetzt nicht so etwas, wo ich besonders stolz drauf bin, aber es hat eben das Fahrzeug. Dann ganz klar Automatik. Dann hat man hier auch die Möglichkeit, Keyless zu starten. Also hier Startknopf und Stoppknopf. Wir haben keine Start-Stopp-Automatik. Fantastisch. Endlich ein Auto, was einfach anbleibt und ausgeht, wenn man es wieder ausmacht. Ich liebe es. Dann haben wir Knöpfchen für ESP. Wir haben ein Knöpfchen für Park Distance Control. Wir haben Park Distance vorne und hinten. Klimaanlage, zwei Zonen, vielleicht sogar mehr. Ich weiß es nicht genau. Ja, dann ein schwarzer. Das kann man jetzt auf der Kamera ganz schlecht erkennen. Aber wie gesagt, schwarzer Dachhimmel mit Schiebedach. Ja, dann hat man die Möglichkeit hier oben noch, kann man das einigermaßen einfangen. Genau, könnt ihr auch noch fürs Garagentor Dinge programmieren. Automatisch abblendender Rückspiegel. Ja, also wirklich, ich bin sehr, sehr zufrieden. Habe das zu einem sehr guten Preis bekommen, das Fahrzeug. Es hat ein paar kleine Mängel und zwar, als ich es abgeholt habe, hier der Beifahrersitz. Die Sitzverstellung ging nicht. Da hatte der Vorbesitzer bereits ein bisschen recherchiert und das Steuergerät als Fehlerursache ausgemacht. Ich habe dann ein neues Steuergerät besorgt vom Verwerter. Habe bei der Abholung das Steuergerät schon mal reingesteckt. Das waren nur zwei Stecker. Und dann ging auch die Sitzverstellung wieder. Das einzige, was jetzt noch ist, ich habe noch einen Fehler im Steuergerät drin wegen Memory-Sitzen. Das liegt da wahrscheinlich daran, ich habe mich da auch ein bisschen schlau gemacht. Scheinbar gibt es so eine Art Bauteile-Schutz bei VW, der verhindern soll, dass man geklaute Bauteile einfach einbauen kann. Sprich, ich muss das Bauteil wahrscheinlich noch kodieren lassen bei Audi, damit das eben zu dem Fahrzeug wieder gehört bzw. für das Fahrzeug erkannt wird. Aber die Sitzverstellung geht schon wieder. Das ist super. Da mache ich euch auch noch mal ein extra Video. Da habe ich schon ein extra Video abgedreht, denn die geht jetzt bereits. Die war, wie gesagt, am Anfang kaputt. Die geht jetzt bereits. Ich habe das bereits alles verbaut und da gibt es auch ein Video dazu, wie ihr den Sitz demontieren könnt und wo das Steuergerät sitzt und so weiter und so fort. Kilometer Laufleistung habe ich euch gezeigt. Wie gesagt, Kleinigkeiten sind noch zu tun. Zum Beispiel hier da ist die Verkleidung vom Rückspiegel weg. Das sieht man auch hier. Da muss ich mir noch eine neue Verkleidung besorgen für den Schaltknauf. Der sieht auch sehr abgenutzt aus, ähnlich wie das Lenkrad. Da habe ich mir schon einen neuen bestellt. Lenkrad habe ich mir auch schon ein neues bestellt. Das wird noch kommen. Ja, genau. Hätte ich gesagt, das war es erstmal aus dem Innenraum, beziehungsweise was man vielleicht auch noch erwähnen kann. Ich weiß auch nicht, ob man es auf dem Video sieht. Von außen sehen wir es dann wahrscheinlich gleich. Die Scheibe ist so leicht getönt. Wir haben, ich schiebe euch mal nach hinten, so elektrisch beheizte Seitenscheiben. Das habe ich auch noch nie gesehen. Wir haben diese schönen RS-Sitze. Aber das zeige ich euch jetzt gleich, wenn wir uns das Auto von außen mal ein bisschen angucken. Deswegen, jetzt geht es nach draußen. So, wir sehen jetzt das Fahrzeug in Teilen von außen. Wir haben hier, wie ich gerade eben erwähnt habe, diese sehr schönen, zumindest wie ich finde, sehr schönen RS-Sitze mit drin. Die muss ich natürlich jetzt noch ordentlich sauber machen. Ich war jetzt nur einmal in der Waschstraße. Wir haben hier, wie gesagt, Schiebedach. Das ist tatsächlich auch beheizt von hier außen. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera gut erkennen kann. Ich versuche mal, die Belichtung ein wenig anzupassen. Ja, schwierig. Also, wir haben hier auch so eine leicht abgedunkelte Frontscheibe. Alufelgen sind Nachrüstfelgen. Neue Reifen habe ich auch schon bestellt, weil die total alt sind und hart. Dann Bremsanlagen mäßig weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob das sozusagen eine kleine ist oder eine große oder ob es da auch eine gab mit einem Festsattel, weil das hier ist ja so ein bisschen, das sieht so ein bisschen nach, ja, also ich mag die immer nicht so. Sagen wir es so. Ich bin kein Freund von diesen Bremsanlagen, die keinen geschlossenen Korpus haben. Da gibt es auch irgendeinen Fachbegriff dafür, der fällt mir jetzt nicht ein. Wenn das jemand weiß, ob es da auch eine andere Bremsanlage mit geschlossenem Korpus dafür gab, lasst mich das gerne wissen. Da würde ich mich interessieren für. Dann, wie gesagt, so silberne Außenspiegel, diese silberne Dachreling, was jetzt, wie gesagt, noch gemacht werden muss. Ich habe jetzt nur einmal grob durchgesaugt. Man sieht auch hier im Fußraum, das sieht jetzt nicht so mega geil aus. Da muss ich nochmal ran. Die Sitze, wie gesagt, die werde ich schön mit Lederreiniger, also wirklich Reiniger. Ich bin kein Freund davon, von diesen Kombiprodukten. Ich werde die also erst mit Lederreiniger behandeln, dass die richtig sauber sind und dann erst die Lederpflege. Dann sehen wir hier in der Türinnenseite, das ist alles schmutzig und schmodderig. Das muss ich sauber machen. Genau, ja, sauber machen. Dann, wie gesagt, diese kleine Sache hier oben am Innenspiegel, diese Abdeckklappe, die muss ich noch reparieren. Ansonsten hat das Fahrzeug noch hinten einen kleinen Mangel. Die Heckklappe ist elektrisch und die will nicht so richtig. Ich versuche euch das jetzt mal zu demonstrieren. So, gehen wir mal hier an die Heckklappe ran. Und jetzt seht ihr, jetzt hat der Motor kurz gearbeitet, geht aber nicht auf. Probier ich das nochmal. Ne, auch nicht. Jetzt geht sie. Okay, perfekt, sie geht auf. So, und dann sehen wir schon, ich habe hier schon ein paar Putzutensilien reingepackt. Hier hinten, das ist natürlich auch noch ordentlich dreckig, das muss ich alles noch sauber machen. Wir haben hier so eine Reling, mit der man auch was verankern kann, wenn man was transportiert. Hier hinten sind auch nochmal riesige Batterien und Steuergeräten. Aber wie gesagt, abgesehen von der Sitzvorstellung und der Heckklappe, funktioniert soweit eigentlich alles. Wie gesagt, das sind jetzt alles Dinge. Hier ist auch noch total schmudderig und schmodderig. Das muss ich machen. Hierfür habe ich schon Motoren bestellt. Da gibt es so, auch wieder aus dem Verwerterhandel habe ich mir da sozusagen Motoren bestellt. Dann sollte das eigentlich wieder funktionieren. Es sollte an den Motoren liegen. Zusätzlich habe ich mir aber auch noch neue Dämpfer besorgt, denn wenn ich da jetzt rangehe, mache ich Dämpfer und Motoren neu. Genau. Tankklappe ist irgendwie auf, wahrscheinlich bei der Waschstraße aufgegangen. Also wie gesagt, an und für sich finde ich das echt ein schönes Auto. Das ist das erste praktische Auto, was ich besitze. Ansonsten waren es ja immer nur so tiefe Coupés, wo man nichts mehr transportieren konnte. Und jetzt habe ich einmal ein praktisches Auto. Für vorne, da hatte ich noch ein kleines Problem mit dem Kurzzeit-Kennzeichen. Die Park-Distance-Sensoren, die sind relativ eng. Ich zeige euch das einmal. Moment. So wie wir sehen können, sind die Park-Distance-Sensoren hier relativ nah. Ich hoffe, das geht jetzt einigermaßen mit dem Wind relativ nah an dem Kennzeichenhalter. Ich habe aber Gott sei Dank auf der Zulassungsstelle, da war eine ganz freundliche Dame, ein etwas kürzeres Kennzeichen bekommen. 460 statt 520 Millimeter. Und damit passt das wunderbar. Und dann piept auch das PDC nicht die ganze Zeit. Und das war so ein bisschen ein Problem am Anfang. Genau. Und das eben auf beiden Seiten. Hier auch. Und da, wie gesagt, das kürzere Nummernschild, das macht sich da super. Hier, denke ich, kann man jetzt nochmal ganz gut sehen, diese getönte Frontscheibe, die ich wirklich sehr schön finde. Das ist ab Werk so. Also kein Tuning-Scheiß. Getönte Seitenscheiben, auch alles ab Werk. Also das sieht schon echt klasse aus. Die ganze Seitenlinie finde ich sehr, sehr schön. Was ich jetzt noch mache am Auto, wie gesagt, Hecklack bekommt noch Reinigung. Dann natürlich Luftfilter für den Motor. Und da hätte ich gesagt, schauen wir uns jetzt einmal den Motor an. So, hier ist das Herzstück, um das es eigentlich geht. Hier ist auch noch schmutzig. Ich weiß, muss ich noch sauber machen. Wir haben hier einen, wie es draufsteht, V10 mit 5,2 Litern. Wir haben die klassischen roten Zündspulen, wie man sie auch aus dem RS oder ähnlichen Autos kennt. Der Vorbesitzer hat hier die Ansaugbrücke schon einmal neu gemacht. Da ist ja so eine Klappenverstellung drin. Da sind die ein bisschen anfällig, denn das ist auch ein Direkteinspritzer. Und die neigen eben stark zu Verkorkungen. Das ist also auch was, was ich noch auf dem Zettel habe. Da werde ich dann irgendwann mal noch das ganze Ding Nuss strahlen lassen. Das heißt, da wird dann die Ansaugbrücke abgenommen. Die wird gereinigt. Die Einlässe werden gereinigt, damit da eben die Verkorkungen wegkommen. Wir haben zwei Luftfilter. Hier einmal auf der linken Seite und einmal auf der rechten Seite. Dann hatte der Vorbesitzer ein kleines Problem mit den Drostelklappen. Das konnte er aber lösen. Entschuldigung für den Wind. Das ist gerade furchtbar. Genau, das konnte er lösen. Da hat er die Stecker einfach nachgelötet. Ich habe jetzt auch keine Motorkontrolllampe bekommen. Die werde ich natürlich noch ein bisschen... Man sieht das jetzt hier. Da sind auch noch diese Schnellverbinder zu sehen. Dieser Wind. Da sind auch noch die Schnellverbinder zu sehen. Das werde ich alles schön mit entsprechendem Kfz-Klebeband, das hatte ich ja schon mal ein paar Mal bei mir gezeigt in den Videos, entsprechend ummanteln. Dann hier oben werde ich alles sauber machen. Da unten drunter sieht man auch ein paar Kabel. Da muss ich auch mal aufräumen. Neue Scheibenwischer sind bestellt, so Kleinigkeiten. Und ich werde diese Woche auch noch neue Reifen bekommen, weil die ja wie gesagt runter sind. Plus ich werde noch das Getriebeöl wechseln mit Filter. Da mache ich euch dann auch ein kleines Video dazu. Da ist ein guter Freund von mir, der hat ja eine Werkstatt und der ist so nett und hat sich angeboten, dass wir da den Getriebeölwechsel machen können. Das ist super, denn dann fühlt man sich einfach besser. Der Vorbesitzer hat hier schon Ölwechsel gemacht, habe ich auch kontrolliert. Da ist frisches Öl drin. Ich fahre den jetzt noch ein paar hundert Kilometer und dann mache ich nochmal einen Ölwechsel, denn das Auto ist auch ein bisschen gestanden und da werde ich am Anfang, so sage ich mal, alle 1000 bis 2000 Kilometer jetzt einen Ölwechsel machen, um da einfach insgesamt das Ganze wieder ein bisschen sauber zu bekommen. Ja, viel mehr gibt es aktuell nicht zu dem Auto zu sagen. Ich möchte das auf jeden Fall als mein neues Alltagsauto verwenden. Wie gesagt, ich hatte ja so ein Video gemacht, wo ich mich so ein bisschen... Ja, ich habe ja diesen M4 geliesten und ich bin einfach irgendwie nicht so richtig zufrieden mit dem Auto. Klar, für die Geschäftsfahrten ist das in Ordnung, aber ja, den M2 und die anderen Autos, die ich habe, sind halt für die privaten Fahrten, wenn man mal was transportieren will, immer schwierig. Und insgesamt bin ich auch froh, wenn irgendwann die Leasingzeit von dem M4 vorbei ist, denn wie gesagt, das ist mir einfach zu modern, der M4. Das ist hier so eher ein Auto, was mir zusagt. Das hat zwar auch schon Technik, aber nicht ganz so viel. Da kann ich mich irgendwie mehr mit identifizieren. Außerdem der schöne Motor, der da drin ist. Ja, ich glaube, da werde ich ganz viel Spaß haben, solange die Technik funktioniert. Aber das hoffe ich jetzt einfach mal. Genau, dann hatte ich ja vorher einmal kurz angeteasert, hier diese Außen- oder die Seitenscheiben mit eben auch beheizt. Das Schiebedach ist übrigens auch beheizt, so wie es aussieht. Also echt verrückt, was da dieses Auto alles schon hat, obwohl das so alt ist. Wie gesagt, jetzt kommt auch noch das Video mit der Sitzverstellung, wie ich die repariere. Dann kommt ein Video mit der Heckklappe, ein Video für den Automatikölwechsel. Dann werde ich irgendwann auch noch mal ein Video machen, wenn es eben so weit ist, dass ich das Motoröl tausche. Genau, ich hoffe, euch gefällt der Content. Lasst gerne ein paar Kommentare da. Was mich interessieren würde, kennt ihr einen wirklich guten, vertrauenswürdigen Audi-Händler in der Region um Heidelberg? Also jemanden, den man wirklich empfehlen kann. Denn, wie gesagt, ich würde gerne noch ein paar Teile bestellen und vielleicht auch noch mal mich erkundigen, wie das mit Codierungen und sowas aussieht. Aber ich möchte halt gerne eine Werkstatt, der man wirklich vertrauen kann, die nicht rumfuscht, die sauber arbeitet. Ja, wenn da jemand Erfahrungen hat in der Region Heidelberg, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen oder über Instagram. Das würde mich sehr freuen. Ja, insofern, das war es in diesem Video. Ich hoffe, es war etwas Interessantes für euch dabei. Ich hoffe, ihr freut euch ähnlich wie ich über den kommenden Content zum S6. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao. Ich hoffe, es war das für uns im Raum. Im recorder, rise in dieses Video. Bis zum nächsten Mal.